Hallo, grüße euch, servus. Ich wollte euch nur mal kurz mitteilen, dass jetzt zukünftig freitags um 15 Uhr die Videos bei mir immer veröffentlicht werden auf meinem Kanal. Das ist einfach mal so ein Test, weil ich bemerkt habe, dass die meisten Klicks freitags, samstags und sonntags entstehen und weniger unter der Woche. Und das ist natürlich jetzt blöd, wenn ich sonntags immer ein Video veröffentliche. Also teste ich das Ganze jetzt mal für Freitag. Schauen wir mal, ob es klappt. Also macht es gut, bis dahin, ciao.